Achtung, Achtung, jetzt wirds wieder heiß und fettig, wir spielen wieder GTA 5 Custom Maps, zusammen mit Maurice. Guten Morgen. Wenn ihr die Folge gestern nicht gesehen habt, Freunde, müsst ihr nochmal reingucken, irgendwie hab ich da Maurice mega abgezogen. Das war so dumm von mir einfach, Alter. Das war so dumm, ich hätte einfach... Weißt du, was noch dumm von dir war? Was? Du hast irgendwie den Punkt übersehen. Peace. Fresh shots. Was? Zu kurz? Jetzt hab ich's easy. Was? Zu kurz? Höh! Kannst du jetzt mal aufhören, Alter? Richtig, Lach. Willst du respawned jetzt? Ja, Digga, als ob ich mit einer fucking... ...Hafbomber am Wagen fahre. Hättest du das doch mal machen können. Wieso, man, darüber... Ach so, muss man hier die Scheiße nutzen. Bitte bist du runtergefallen? Ja. Danke, Alter. Was? Oh, komm mal. Ey. Hey, come on. Oh, gerade so weit genug, nice. Platz. Du, Platz. Opsi. Nein, ganz knapp nicht. Doch, diese Scheißstelle jetzt schaffst du, Alter. Karma zerreißt dein Leben jetzt. Karma? Karma zerreißt richtig dein Leben. Vor allem deine Eier jetzt, ja. Nicht Karma zerreißt mein Leben, sondern deine Annäherungsmenü dann gleich bei dir. Die Annäherungsmenü. Ja, da liegt alles voll. Richtig schlecht. Nein, ich flieg auf der anderen Seite runter. So verdient. Digga, was ist denn verdient? Du hast mich schon zweimal weggesprengt. Dreimal. Chantal, heu leise. Wo kommt hier endlich der Punkt, ey? Ob du es jetzt geschafft hast, ja. Digga, du musst jetzt nicht warten, um wegzusprengen. Juhu, ich hab den Punkt. Tschaui. Schönes Leben, ne? Hä, wohin muss man? Das ist unfassbar hier. Please. Hä, wie soll man da hinkommen? Ich schnauze und fahr einfach. Was war halt die schnauze und fahr einfach? Boah, ich ne Annäherungsmenü in der Psychiatrie. Ah lol. Muss man das so machen? Ey. Ich kipp's nicht. Hä? Bin ich dumm oder so? Ja. Die Frage brauchst du gar nicht zu stellen. Die Frage brauchst du gar nicht zu stellen. Einfach nur ja. Ey, come on jetzt. Hä? Junge, jetzt hör auch zu hänen. Und fahren zielen. Ich weiß halt nicht wie. Mach, sei mal ein bisschen effektiv, so wie Schalke. Effektiv, so wie Schalke. Ey, wie will er denn das sein? Sei mal ein bisschen kreativ, Maurice. Du bist doch Kreativmechaniker. Ich? Was machst du da? Du weißt dich auch nicht so genau. Oh, ich hab was entdeckt. Ich muss wieder cheaten, weil er nichts anderes kann. Ich würde niemals cheaten, Monis. Das wissen wir beide. Ah, come on. Ey. Jetzt fahr. Mist gehabt. Was ist los, Maurice? Du bist voll zu mad. Ey. Dass du dich da wieder drauf gelackt hast, ne? Ich komm halt absolut nicht hoch. Absolut lust. Mhm. Ich rutsch jedes fucking mal runter. Hast du heute nur Skilltests rausgesucht? So, ich hab den Punkt. Beziehungsweise, Schalke. Nee, aber Challenges immer. Challenge, 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 hab ich rausgesucht. Endlich. Was ist das? Ey, das muss man jetzt nochmal machen. So, ich verarsche. Nee. Ey. Ja, okay. Nicht jeder sagt Kacke. Bleib ich einfach stehen. Warte, bis du beziehst. Was? Oh, nein! Da ist einfach eine Hälfte komplett geschlossen beim Endemeister. Bruder, da muss ich aber los. Fuck, ich muss schnell sein. Nein! Nein! Alles Muggies schuld. Hast du es, Muggies? Er ist so leise, Frey, ne? Nö. Immer noch nicht? Nö. Hast du meine Anhängungsmine schon gesehen? Äh. Da liegt natürlich keine. Ey, wenn da hinter der Anhängungsmine liegt, ne? Also die eine habe ich hier schon ausgelöst, da bin ich nicht explodiert. Also die beim ersten. Ach so, dann liegt ja keine mehr. Wenn da noch eine liegt. Ne, da liegt keine mehr. Dann zerreiß ich dein Leben in drei Teile, nehm dein Handy, schmeiß es aus dem Fenster und zerreiß dein Bett. Zerreiß mein Bett. Ey. Ich liebe dich da verkacken zu sein. Also wenn es bei einem Bett bei mir scheiße läuft, dann läuft es aber auch immer richtig scheiße. Das ist halt so der Unterschied zwischen uns beiden, ne? Wenn es bei mir scheiße läuft, werde ich trotzdem erst am Gisi mit neun Sekunden Vorsprung. Die Schnauze von der letzten Mutter. Ich werde nie, ich werde nie wieder irgendwie auf dich hören, warten oder... Das war so gut, das wird wieder passieren, glaub mir. Ey. Ich bin dafür zu sehr Trollmaster 5000. Trollmaster 5000, ja. Er träumte von Mondstern. Klar, ich bin auch Sailor Moon. Nein. Kreativmechaniker. Ich bin Sailor Moon. Kreativingenieur. Ich denke Mechaniker. Ne, du bist kreativ. Ich bin jetzt schon Ingenieur. Richtige Upgrade. Kreativmechaniker. Uh. Was? Hier ist alles zu, oder was? Ey. Ey. Richtig asozial. Verdient. Was für verdient. Du weißt nicht mal, wie man verdient schreibt, Junge. F-E-R-A-F-D. Wahrscheinlich, oder? 3 ins Wort voll. Vollgas, Vollgas. Wenig Gas, wenig Gas. Verschatz. Richtig unverdient, ne. Wird auch schlecht sein. Wie du? Weiß ich nicht. Das ist schwer. Oh, ich hab's. Also, den ist es den ersten, den ersten. Richtig lucky. Ne. Den zweiten wirst du aber nicht kriegen. Kann ich jetzt schon sagen. Warum? Hm? Warum? Ich hab's einfach im Gefühl. Ich muss nur gucken, in welche Richtung. Okay, nochmal lenken muss, oder? Was? Wie soll man das schaffen? Ja. Wie bitte? Hab dich lieb. Mama, rette mich. Die Punkte hat niemand. 6. Bin gleich durch, kann ich nehmen. Lass mich drauf, lass mich drauf, lass mich drauf. Diese scheiß randomizer. Wirklich fresh, würde ich jedes Mal hier draufbleiben und sich da irgendwie hooten lacken. Wo drauf überhaupt? Auf dieses Gelbe oder was? Ich bin immer noch am Anfang, okay? Hä? Ich bin immer noch am Anfang, bei diesen halben Loopings, da rauf. Ach, da bist du immer noch? Ja. Ich dachte, du hast den Punkt. Ich rutsche jedes Mal runter. Aber du hast doch gesagt, du hast den Punkt. Dann hab ich nicht gesagt. Da, hab ich so gehört. Ja. Ja, geh zum Ohrner, hast du Ohnschmeiß heute gegessen, oder was? Ich hab den sogar gestern extra rausgemacht, den Ohnschmeiß. Hä? War doch mal ins Ziel. Ich weiß nicht, wie man das hier schaffen soll. Jetzt kommen diese drei Jahre mal... ... diese zwei Minuten, ich weiß nicht, was ich nicht mehr schaffen soll. Eine Sekunde später, Fresh Royce hat das... Außerdem war das 20 Minuten Challenge bis 40 Minuten. Wir haben noch alle Zeit der Werbung. Ja, ich nicht, du schon. Was für ich nicht? Morgen Urlaub, Alter. Weißt du, er ist Kreativmechaniker und... Du hast morgen Urlaub. ... muss seine Kreativität... Leider nicht, ja. Ich hätt gern morgen Urlaub. Und klasse, morgen Urlaub. Er verarscht deine Community, Alter. Ich hab halt echt morgen keinen Urlaub. Wobei, wenn die Folge kommt, hab ich... ...übermorgen Urlaub. Nicht morgen. Ab Dienstag? Ab Donnerstag. Die Folge kommt ja... Mittwochstückzauern, glaube ich, hatte ich gesehen, dass du das geschrieben hast. Mittwoch fang ich an damit, ja? Ja. Hä, wie soll man das schaffen? Ah. Ja. Äh, ich hab den Punkt. Punkt. Alter. Ich hab den Punkt. Du hast gedacht, da kommt noch was. Ich hab mich davor fast nur überschlagen, ne? Du musst jetzt hier einen Wallet fahren lassen. Zum Weg muss ich überhaupt hin jetzt. Oh, zu weit! Aber ich lande... Lande ich gut, lande ich schlecht? Ich lande okay, ja. Halbwegs. Hä? Nicht gut. Hä? Hallo? Ja? Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss. Hab ich auch nicht gehabt. Ich glaub, ich muss ja mal... Ich fahr jetzt einfach mal Wallet hier. Hab ich auch probiert. Hä? Was sollst du denn... Achso, oder du... Vielleicht musst du noch vorher rausspringen. Ich hab's bis jetzt nicht rausgefunden, was ich da machen muss. Aber du bist schon Punkte weiter, willst du nicht verarschen? Ja, ich weiß aber nicht, was man da machen muss. Na, John. Hä? Ich hoffe gar nichts, ne? Gut, jetzt mach's anderes. Kennt ihr diese andere 20 Minuten Challenge, ne? Ja, ich hab's. Puh. Er lacht sich eben schon wieder durch, ja. Puh. Achso, Leute, wir hängen gleich noch... Achso, kein Fallschirm? Ne, wir hängen gleich noch... Achso, scheiß. Wir hängen gleich noch... Ja, jetzt ist auch zu spät. Achso, dass du ein Fallschirm wirst? LOL. Ja, Leute, wir hängen noch noch mehr hinten dran. Nein, freut mich, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nix verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei Maurice immer noch nicht auf dem Kanal vorbei. Bis dahin und rein. Ciao. Ciao. Hallo. Ciao. Vielen Dank.